Wir haben genug! Mach es! Tu es! Jetzt! Boom! Und ab zurück nach Prosperity. Werkbank, Stufe 3. Ab nach Prosperity. Ja, Mann! Ich habe zu wenig Material für die bessere Sniper. Oh, nein. Aber dann muss ich jetzt mal kurz erstmal meine Jacke nochmal ausziehen hier. Mir wird gerade so ganz warm, wenn ich mit dir so am Kämpfen bin. Uh, Jani. Ah, Jenny. Da ist doch schon einer. Alles klar. Hast du kurz gehustet? Ja, und dann ist er umgefallen. So kurz hab ich gehustet. Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, gute Nacht und ein ganz recht herzlich willkommen zurück zu Far Cry New Dawn. Nice. Ja, meine Lieben. Ich wünsche euch allen in dieser Folge sehr viel Spaß. Wir wollen jetzt nochmal auf Stadtsuche gehen und danach gehen wir... Hast du mich gerade angeneint? Hast du mich gerade angeneint? Okay, lauf! Okay. Ne, ich port uns jetzt dahin. Wir haben nämlich noch eine Schatzsuche offen. Pass auf, ich zeig euch unseren Plan. Und zwar wollen wir jetzt diese Schatzsuche hier machen. Schatzsuche? Und danach gehen wir hier rüber zur Raffinerie und machen die erstmal auf Stufe 2 und machen auch die anderen auf Stufe 2 in der Hoffnung, dass wir dann genug Ethanol zusammen haben, um unsere Waffen aufzurüsten, um dann uns vielleicht die alte Schmiede wieder zurückzuholen und dann geht's weiter mit der Hauptquest. Gut. So, wo müssen wir jetzt hin? Ich suche gerade. Da! In diese Richtung. Ja. In diese Richtung. Schon vorbei! Ich hab zu gern viel Du, 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 Du... Äh, Bär, 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 wo ist mein, wo ist mein? Oh, geil. Nix da, lass das. So, wollte ich mal erwähnt haben. Hast du mal gesagt, ne? Habe ich dem Bär mal gesagt, wo der Hammer hängt, du? Du hast ihm mal gezeigt, wo der Hammer hängt. Bildschwein. Ah, noch ein Bildschwein. Ein bisschen overdressed. Das ist mir egal. Oh, hier ist noch ein Kistlein. Oh, ähm, da sitzt einer. Guck mal, wer da oben sitzt. Ha, 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 schön, Jan. So muss das. Da ist, hier sind noch mehr. Hä? Was hat der Scheiße gemacht? Was soll das denn, bitte? Ach, ich dachte schon, du wärst down. Nein, aber die Rakete hat einen Bogen gemacht und ist um den rumgeflogen. Selbst Raketen wollen die nicht mehr. Na ja, gut. Ich habe meinen Fortschrittspunkt erhalten. Wie? Warum? Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Oh, schieß ich gerade mit der falschen Munition? Ja. So wär, du Lappen. Nix da. Ich bin tot. Och, Janni. Wo denn? Ich habe den Zweikampf. Von da hinten liege ich rum. Ja, links liegt liege ich rum. Genau, hinter dem. Ja, ja, hab gesehen. So, Schatzsuche. Das heißt, wir dürfen hier wieder was lesen. Das ist doch wunderbar. Notiz der Highwayman. Die ganzen Zahnräder und das restliche Zeug, das hier überall herumliegt, lassen vermuten, dass hier jemand irgendeine Maschine bauen wollte. Was es auch ist, wird sicherlich riesig sein. That's what she said. Sieh dir die Gegend an und sag Bescheid, wenn du sie findest. Vielleicht ist es etwas, das wir gebrauchen können. Ja, weiß ich nicht. Zielübung, Schatzsuche. Wo geht's dafür denn hin? Ich würde mal in den Keller gehen. Ja, Keller, Bunker ist gut. Verschlossen. Okay, was brauchen wir dafür? Von innen abgeschlossen. Aha. Tschüss. Tschüss. Komm mal mit. Ich will da mal ins Loch rein, ne? Ja. Ich bin jetzt da her. Ich werde sagen, das ist eine Miene. Boah, wie cool. Ich glaube, das ist der falsche Ausgang. Hier wäre es vielleicht besser gewesen, reinzugehen. Wo? Naja, aber egal. Ne, hier. Wann ist, komm. Warte doch mal auf mich. Aldelan, warte es durfte mich, Alter. Schwarte, Schwarte, was macht das denn hier? Oh, lesen. Nadines Tagebuch. 17 Jahre. Dieser elende Kollaps. 17 Jahre allein. In Gedanken an Rache versunken. Diese Maschine war am Anfang ein Bunkertor. Dann habe ich eine Zielscheibengalerie daraus gemacht. Dann war es beides. Ich stelle mir vor, dass die Ziele alle Leute waren, die sich früher über meine Comicsammlungen lustig gemacht haben. Zieh am Hebel, schieß auf alle Ziele, auf jeder Seite, und zwar presto. Therapeutischer Erfolg, Volkbank, Zugang zum Bunker. Da! Habe ich das nicht einfach jetzt mal ganz blöd gefragt? Nur mal so ganz blöd gefragt. Geht jetzt die Tür hier auf? Nein, warum nicht? Jetzt! Naja, fast. Ach, guck mal da. Oh, wow. Das ist geil gemacht. Auf jeden Fall. Oh, guck mal, da... Aha. Ich liebe es gerade so ein bisschen. Guck mal, boah, wie cool. Das ist mega nice. Ja, man. Also, ich lese dann mal, ne? Oh, warte. Na, die ist Targeting. Warte. Ja. Vor dem Kollaps hat Edenskate unser Leben zerstört und alles in Scheiße verwandelt. Jetzt kommt die Highwaymen und macht genau das Gleiche. Noch einmal verkrafte ich das nicht. Ich muss das alles hinter mir lassen. 17 Jahre lang über den Zielbogen habe ich hinter mir. Ich werde jetzt packen und losziehen und das Land nach allen Comicbüchern und absuchen, die da übrig sind. Dann habe ich die weltbeste und einzige Sammlung. Das kann sich doch sehen lassen. Ich glaube, du warst echt lange alleine hier. Ja, und guck mal, hier ist noch was zum Anhören. Klar. Treffen und abhauen fliegt gut. Ich plündere jetzt, ja? Plündere. So plündere sie. Auf geht's hier. Das kriegen wir hin. Weil wir die Plünderer sind. Das weiß ja jedes Kind. Soll ich da vielleicht mal als panzerbrechende Munition nehmen? Ich habe meine jetzt gerade mal gewechselt auf nicht panzerbrechende. Ich sehe ja einen... Die haben sich die Raffinerie zurückgeholt und ist die lehender Ethanol. Also sollte genug da sein. Achte auf Alarmsysteme. Ja, mache ich doch zwei. Ich weiß halt nicht, ob ich irgendwie an den Turm drankomme. Aber ich probiere es mal. Ich nehme den rechten. Haben sie dich gesehen? Mein Turm ist down. Meiner nicht. Ne. Vorbei. Wir haben Unterstützung gerufen. Nein, noch nicht. Hat der aber gesagt gerade. Ja, ich rufe. Der will da hin. So, ist ausgeschaltet. Okay, nice. Nein, lauf doch nicht weg, Mädchen. Da oben ist noch einer. Der geht gerade da unten. Lass das. Oh, 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 shit. Ach, sie war hinter mir. Fuck. Oh, warte, ich komme. Ich halte gerade aufs Dach, ne? Ist nicht schlimm. Das kriegen wir hin. Nicht, wie viel das dritte wäre war. Dumm nicht. Ja. Das ist nicht okay. Och, ich finde das eigentlich ganz gut so. Alter, ist das dein Scheißernst? Hab ihn erwischt. Gut. Das war jetzt irgendwie easy. Wir haben genug. Mach es. Tu es. Jetzt. Boom. Werkbank. Stufe 3. Ab nach Prosperity. Ja, Mann. Ich habe zu wenig Material für die bessere Sniper. Oh, nein. Nein. Ich habe auch zu wenig von den Boards, oder? Mhm. Mhm. Dann machen wir Expeditionen. Ganz einfach. Alles klar. Let's go. Äh, nee, das ist das Training Camp. Kartografie da hinten. Da gucke ich mal, was wir für Missionen hier haben. Bevenue. Ich check das. Ein offener Aue-Man treibt sich in einem Freizeitpark tief im Süden rum. Nein. Eins ist mal klar. Die sind nicht da, um Achterbahn zu fahren und laut zu schreilachen und bla bla bla. Die sammeln Ressourcen, die sich stärker machen. Und deshalb müssen wir auch dahin. Hör mal zu. Die Aue-Man haben das Gebiet schon abgeriegelt. Also müssen wir super vorsichtig sein, okay? Aue, los geht's. Sag Bescheid, wenn du bereit bist. Ich sag Bescheid. Ich bin bereit. Let's go. Oh. Entschuldigung, sieh dir das an. Erinnert mich an Aron, dass ich ein Kind war. Vielleicht wenigstens einen Riesenhaut hätte ich dir noch kaufen können, ja? Aber nein, Blaspirator hast du lieber die Fingernäge lackiert. Hey, ja, natürlich. Klar. Ja, und die Fußnägel. Es ist Zeit für Ärsche getreten. Ja. Schreibt dir das Paket, dann hole ich dich ab. Wir sehen uns später. Vorricht. An dem Paket ist ein GPS-Sender. Die Aue-Man werden ihm jeweiligen folgen. Und schon. Sagst du uns jedes Mal. Also für alle, die sich jetzt wundern, warum wir jetzt hier plötzlich Expeditionen machen, wir haben jetzt die bessere Werkbank freigeschaltet, können uns aber die besseren Waffen nicht craften, weil uns Circuitboards fehlen. Und die kriegt man wohl am besten hier in den Expeditionen. Und wir wollten sowieso noch hier und da mal welche machen, ne? Also, da hinten ist einer. Ja, ja, das haben wir beide schön gemacht. Oh, oh. Wo kommen die denn jetzt plötzlich alle her? Der Gegner hat Verstärkung gerufen. Ja, gut. Was? Ich bin gar nicht hier oben. Wo bist du, Kumpel? Wo sind die denn alle? Guck mal. Guck mal her mit deinem Auto, du Sackgesicht. Wir haben hier drüben ein Problem. Wir haben hier gar kein Problem. Ach. Findest du, dass du hier ein Problem hast bist, oder was? Hallo, wo bist du? Ich bin besser mit der Sniper, stell dich fest. Ich war hier gerade am Maschinengewehr, aber ich bin mit der Sniper besser dran. Ey, wo willst du hin, Kumpel? Nicht, nicht runterrennen. Guck mal. Du musst dir den Kram schnappen und verschwinden. Die Highwaymen werden dir alles entgegenwerfen, was sie haben, um dich aufzuhalten. Ja, ja, ja. So, dann komm. Richtig. Ich bin da relativ tiefenentspannt. Sind nicht die Ersten, sind nicht die Letzten. Da haben wir schon ein bisschen Erfahrung mit. Zack, von hinten erschossen. So macht man das heutzutage. So, hier sind wir im Suchgebiet, ne? Oder liegt das hier, das Zeug? Hast du's schon? Ne, ich spüre das Paket auf. Na, dann wird das doch wohl hier drin sein. Äh, danke. Nehmt dir das Paket mit. Gut. Ja. Sag, wo? Wo, wo, wo? Da hinten, alles klar. Auf Wiedersehen. 150 Meter, das kriegen wir doch wohin, oder? Ach, klar. Ja, mach mal. Geh mal nach oben. Nicht mehr weg. Tschüss. Wir laufen dann mal, ne? Auf Wiedersehen. Was stimmt auf euch? Guck mal, hier sind noch Blümchen, die ich mitnehmen kann. Jemand hat unsere Beute gestohlen. Geht auf die Jagd. Nein, nein. Das ist gelogen. Die lügen alle. Die Highwaymen schicken ohne Ende Verstärkung. Also verschwende keine Zeit und lass uns so schnell es geht abbauen. Ja, bin da. Wichser habe ich überfahren. Oh nein. Warum kriege ich das jetzt nicht mal ab? Weiß ich nicht. Weil du es kannst. Vielleicht. Oh, scheiß Frauensworte. Schiss. Ich sehe wen. Schieß, schieß. Niemand bestätigt uns und überlebt. Kommst du mich abholen? Äh, ich kann es probieren, ja. Ja. Das muss eine Runde sterben. Weiß ich nicht. Kann sein, dass ich jetzt sterbe und wir das nochmal machen müssen. Nein. Aber wir haben auch die Postenstufe 3 fast wieder so erobert. Ja, aber eben nur fast. Nein, auf auf mich zu schießen. Das war jetzt sehr knapp für mich. Wir müssen zum Abholpunkt, Jan. Ich bin doch schon auf dem Weg. Mal locker aus der Hüfte hier, Schwester. Hier bremst. Stirb. Stirb. Kommst du? Ja, bin hinter dir. So, wir müssen nach oben, Jan. Hier die Leiter. Auf den Hubschrauber. Das ist der einzige Ausweg für die Ratte. Kannst du mal sehen. Aha. So, da sind immer noch mehr. Natürlich sind ja noch mehr. Oh, oh, die habe ich nicht gut getroffen. Ich setze jetzt zur Landung an. Verschwinden wir von hier. Ja, bitte. Das wäre eine ganz vorzügliche Idee. Da. Heli ist da. Geil. Los jetzt, los jetzt, los. Schön. Auf Wiedersehen. Oh, hör mal, da können wir gleich noch eine machen, Jan. Ja, klar. Auf geht's. Ist okay. Nein, mach mal. Mach nicht. Das ist okay, wenn du das nicht... Ich kann damit leben. Ich auch. Ich kann das seelisch verkraften. Vollkommen okay. Schön. Nice. Die Frage ist, wollen wir den dann nochmal machen, in der höheren Stufe, oder? Nö, was Neues sehen wir schön. Knackischer. Meinst du, knackischer? Aber dann muss ich jetzt mal kurz erstmal meine Jacke nochmal ausziehen, hier. Wie wird gerade so ganz warm, wenn ich mit denen so am Kämpfen bin? Oh, Jani. Ah, Jenny. Schön. Hab ich. So, Pistole. Bessere. Jetzt hier. Welche nehme ich denn? Ich habe keine Circuit Boards mehr. Okay, vergiss es. Wir müssen nochmal eine Mission machen. Danke schön. Das wird jetzt ein Träumchen. Da ist doch schon einer. Alles klar. Ah! Hm, Entschuldigung. Hast du kurz gehustet? Ja. Und dann ist er umgefallen. So kurz habe ich gehustet. Hm. Wo bist denn du? Da bist du. Nein, das habe ich aus Versehen. Oh, ich wollte kein Health Kit nehmen. Ist okay. Was war denn? Shift bei Luft anhalten. Mist. Ne, 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 ne. Du siehst mich überhaupt nicht. Boah, Mann! Zwei auf einen streichern. Diese Rüste der Waymen werde nicht aufhören, dich zu jagen. Schnirrt dir das Paket und lass uns hier verschwinden. Okay. Okay. Lass reingehen, Jan. Oh, ist das, was ich denke, dass es das ist? Es ist ein Hubschrauber. Ähm, es war ein Hubschrauber. Habe ich geregelt? Ja, hast du gut gemacht. Drei Vorteilspunkte erhalten. Ja, nice. Schön. Ne, du sollst hier die Leiter hoch, Kumpel. Boah, ich fühl. Im Suchgebiet. Ich muss hier erstmal plündern hier. Mann, lass mich in Ruhe. Schieß doch mal auf wen anders. Tschüss. So, Freunde, aufgehende Sonne. Ich hab das Paket. Wir können los. Okay, wo bist du? Sehr gut. Jetzt müssen wir dich hier rausbringen. Im Nordösten ist ein Leuchtturm. Geh doch hin und ich sammle dich ein. Nordösten ist ein Leuchtturm. Wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. In Nordösten. Ne, ne, ich geh hier zu dem Leuchtturm. Genau, hast du den Leuchtturm gefunden? Ja, ich hab den Leuchtturm gefunden. Sehr schön. Und ich renne. Aua. Das hat ganz schön weh, ihr Schweine. Ich nehm mal die Seilrutsche hier rüber. Die haben mit Raketen auf mich geschossen. Ja, ich bin gleich am Leuchtturm. Okay, das ist gut. Ich fahr mal auch gleich. Fick die Musik aber gar nicht mehr. Ich fahr gleich. Was ist denn? Na du? Claptrap hätte hier seine reinste Freude an der Musik. Oh, das ist so meine Musik, ne? Okay, du bist am Gehschutz. Klar. Na? Ey, wer war das? Genau da drüben. Holt das verdammte Paket. Jetzt! Nein, nein. Gar nichts. Fick die hier. Wer war das? Scheiße, der Eli versucht zu landen. Jagd das Ding hoch! Ich weiß nicht. Das ist, glaube ich... Das ist einer... Oh, das ist einer vom Schiff. Oh, ich glaube, ich sterbe, Jan. Ich bin bei dir. Okay, dann ist gut. Ja, alles klar. Dann, äh, walte deines Amtes. Ich walte. Ich danke dir. So. Die schießen also mit etwas exklusiver Druck, oder? Ja. Das kann ich auch. Ich setze jetzt zur Landung an. Verschwinden wir von hier. Ja, ist gut. Ist in Ordnung. Ich verziehe mich hier mal kurz. So, einsteigen, Jan. Wir verprieseln uns nämlich jetzt. Okay, einschneiden. Ich bin angeschnallt. Bin ich angeschnallt? Kann ich nicht sehen. Ich bin bestimmt angeschnallt. Fuck yeah! Das war nackt! Das war ein Spaket. Und die Eierungen in meinem Namen nicht mehr. Ja, ich würde dich küssen. Aber ich muss fliegen, weißt du? Haha, was? Ja, das spielt auch nach. Pass auf! Sie schießen ja immer noch auf uns, die Schweine. Ja, das ist ein Goldner gewesen. Ähm. Oh, ich dachte gerade... Oh, ich dachte gerade, der Bildschirm ist schwarz geworden, weil ich gestorben bin. Aber alles gut. Nein, wir haben es geschafft, Baby. Ja, Bebe. Sind wir gut oder sind wir gut, Baby? Oder was? Wir sind gut, Bob. Wir sind richtig gut. Ja, Marlene, wir sind... Bob und Marlene rocken die Welt, ja? Ja, Mann. Boah. Pommesgabel. Weißt du? So, dann würde ich mich tatsächlich an dieser Stelle auch von euch allen verabschieden. Nein, nein. Doch. Und dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder, ne? Also, bis dann. Tschüss. Tschüsschen. Ich brauche noch eine Waffe. Tschüsschen. 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 Vielen Dank.